so sagt noch mal worum es geht also dürfte ich auch hier ihr könnt euch noch näher kommen ich tue euch nicht ich weiß auch nicht ich mache das ich mache das sowieso nur wenn wir hier um diesen tisch drumherum stehen weil an diesem tisch hier ist es entstanden also wird es nur stattfinden wenn wir und diesen tisch hier drumherum stehen um diesen tisch hier drumherum haben zwei personen gesessen der kollege engels und meine wenigkeit und wir haben uns so unterhalten wir haben uns zu unterhalten und wir haben uns über youtube video unterhalten und da habe ich gesagt ich weiß überhaupt nicht ist das eigentlich immer alles so tatsache was er erzählt wird oder nicht und da sagt der frank wie meinst du das nicht sagt lass uns doch mal diesen schwedischen fisch nehmen diese delikatesse da siehst du immer auf youtube ohne ende dass die leute vor geruch nicht ertragbaren geruch laufen gehen sonstiges ich weiß nicht ist das alles gefällt oder ist das eine tatsache was macht frank nimmt sein handy guckt mich an legt das handy wieder weg und sagt so fausti selbstversuch ist klar fisch ist bestellt da habe ich gerade bei amazon bestellt aus der nummer kommst du nicht mehr raus da machen wir es alle gemeinsam weil es hier entstanden ist vorstand vorstand also zugleitung im selbstversuch ich freue mich und bedanke mich bei euch dass ihr uns als vorstand dabei so unterstützt dann noch mal zur thematik hier an diesem tisch ist dieser selbstversuch entstanden und hier an diesem tisch wird auch ausgeführt und zwar mit allen die heute hier sind das heißt ich würde euch gerne bitten etwas näher zu kommen der quadrati also mache es selber haut rein jungen so drehe ich nicht gleich so kommt jetzt hier waschlappen nein kommen alles jetzt hier ran hier ich lasse dich denn gleich mal sehen kommt was näher kommt was näher kommt was näher kommt was näher kommt mal näher jetzt wo ist der eben jeder packt den tisch an ihr sie kommen rand ich war auf platz ja ja komm wo stehe mit die fischbüx bist du klopp ich bin die hege geblieben so komm ran hier komm ran jetzt komm mal Fenster putzen bitte gleich komm ran das ist was für Veganer so der Kasi hat ja den Nasenschutz schon drin gehabt ja ich tu ihn aber wieder rein ne lass ihn ruhig schnell aber wenn du den Nasenschutz an hast und das gleich so riecht kannst du die Dose da rein tun am Arsch hau das Ding nochmal eben da rein mach mal Luft mal Luft jetzt also ich würde so sagen wo kommt die Luft hier die jetzt mindestens einen Meter weg stehen müssen jetzt einen Zehner schon mal als straff in so einer Dose warum nimmt es sich die vorne hier ich würde sagen wir müssen alle den Tisch anfassen sabbel nicht ich werde nass also alle die die den Tisch oder die Stüche hier rumherum nicht anfassen zahlen so mal einen Fünfer genau Fünfer als Strafe Beweise also alle die die nicht anfassen 5 Euro ja ihr könnt ja anfassen ihr könnt ja schnell laufen gehen das ist nicht nicht dafür zahle ich gerne 5 Euro komm her jetzt komm ran hier aus komm her jetzt komm ran hier aus komm her jetzt komm her jetzt komm her jetzt komm her komm her komm her komm her ne warte ich mach das mal so kann man einen schnellen Video machen und den nicht anfassen das ist kein Problem das ist kein Problem Achtung wenn er sich explodiert wenn er Luft reinkommt dann gehts ja ja das wäre jetzt Sauerei komm her komm her komm her komm her nix vor allen Dingen kriege ich den überhaupt nicht weiter ne das stimmt ihr könnt schon den Trink einfach durch den Mund zu atmen ne stell dich da hin hier brauchst du nicht riechst du riechst du also riechst du noch nix riechst du noch nix boah wo gehst du denn essen das riechst du noch nix das riechst du noch nix das riechst du noch nix finde ich ja ja so ein bisschen brackig ist ja genau also das ist wenn du irgendwo keine Ahnung abgestandenes ich glaube den kannst du danach noch nicht ich glaube den kannst du danach noch nicht du riechst du ach guck mal hier ja genau guck mal da da ist ein Dupp und Löffel den kannst du danach wegschmeißen das blubbert ey das ist er schon das blubbert nicht das ist er du musst nur die Ader bei nehmen wir sind schon gesprungen bleib auf dem Stein komm her komm her ist doch gar nix ist doch gar nix wie abgestandenes Wasser oh jetzt dann weißt du wie das hier riecht wie brackiges Wasser was macht ihr wenn ihr euch trefft nur so ne scheiße hier laufen ja zu viele Videos sonst würde ich jetzt was anderes sagen aber so den tue ich mal mit weg eine Frage wie viel hast du dafür bezahlt riecht wie eine alte Muschi würde ich sagen riecht wie eine alte Muschi so die haben um 14,95 Jahre arsch woher weißt du das erzähl uns die Geschichte woher du das weißt wir haben ja tatsächlich gesprochen dass wir riechen wir wollen nicht probieren ich esse sowieso keinen Fisch wenn einer probieren möchte es soll ja eine Delikatesse sein Also wir können nachvollziehen. Wir schicken den zurück. Wir machen nochmal den Beweis. Super, das muss ich sowieso. Wir stellen fest, Zugleitungen im Selbstversuch. Ich bedanke mich, dass ihr alle daran teilgenommen habt. Wir haben den Selbstversuch überstanden. Wir haben festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, die davon wegrennen, brechen, sonstiges. Wir haben für uns festgestellt, es ist gar nicht so schlimm. Außer, dass sie so ein bisschen die Augen verziehen. Das riecht wie in Silbermeer. Ich glaube, wenn wir das da drin gemacht hätten wir anders gewesen. Ich bedanke mich für eure Anteilnahme und möchte den Selbstversuch hiermit für beendet erklären. Das riecht wie Herrenturm morgens.